Für großformatige Produktionen im Bereich Sublimation und Textilveredelung bis zu einer Größe von 100 x 120 cm ist die Secabo TPD12 die Produktionsmaschine. Die pneumatische Doppelplattentransferpresse verfügt über eine Heizleistung von 9,0 Kilowatt und ist für einen maximalen Anpressdruck von 4 Bar ausgelegt, was auf der XXL-Heizplatte 140 Gramm pro Quadratzentimeter bzw. 1700 Kilogramm entspricht. Der Pneumatikdruck wird am Manometer exakt eingestellt. Dadurch ist der Arbeitsdruck jederzeit reproduzierbar. Die beiden Basisplatten befinden sich übereinanderliegend auf einem elektrischen Linearsystem und werden von diesem jeweils abwechselnd in die Transferpresse bewegt. Wenn sich eine Basisplatte im Transferbereich im Inneren des Gehäuses der TPD12 befindet, steht die jeweils andere Basisplatte für die Vorbereitung bzw. Entnahme von Transfers bereit und umgekehrt. Dem Anwender stehen verschiedene Betriebsmodi zur Verfügung, automatisch oder manuell. Er wird dabei jeweils durch eine umfangreiche Sicherheitsausstattung inklusive Notaus- und Zweihandbedienung vor Verletzungen geschützt. Durch ihre hohe Leistung und die verschiedenen Arbeitsmodi ist die TPD12 eine profitable und effiziente Produktionsmaschine für großformatige Transfers in hohen Stückzahlen.